Hallo und herzlich willkommen bei einem, ja, League of Legends Part Metacand und Tschödie. Ja. Ich bin Kata. Ähm, das ist ja der neue Hexacule Mode. Also wenn ich das hochladen tue, werde, möchte, brauche, wird das, glaube ich, nicht neu sein. Kurz gesagt, heute ist der 20.02.2014. Und der Mod ist frisch rausgekommen, nur wer weiß nicht, wann das hochlädt. Kann sein, dass es vier Monate später sieht. Ne, das wahrscheinlich nicht. Warum startet der KZ eigentlich da? Weiß ich nicht. Ich fang jetzt mal. Red Buff, Blue Buff, First Gangtop wahrscheinlich. Möglich. Weil dann hat er, weil mit Blue, also mit Red, Geister, Wölfe, Blue ist Level 3 und kann eigentlich gut ganken. Ich probier mal ob ich den Red Buff in den Gegner krieg. Diese ganzen, ganz ehrlich, diese ganze Liste sieht noch so... Das sieht so falsch aus. Weil da einer mehr ist. Wow. Warte, ich komm mal mit, da kann komm du vielleicht auch mal mit. Ich will nur warten. Hast du ein Wort? Ja, ich will über das Ding warten. Fuuuck. Komm wir mal. Den krieg mal, komm den holen wir uns. Ja, warte, lass doch auf den Liste hin warten. Nee. Geh einfach drauf. Ja. Genau. Okay, passt. Oh fuck. Geh dafür, Heinz. Geh mal raus. Nein, daka ein. Du bist aber schnell drauf. Der ist nicht schnell genug. Das war jetzt unnötig. Das war jetzt unnötig. Ach so, das ist anspringen. Ich dachte das... Ja, das ist... Aaaaah. Ich dachte der Lissinn hat noch... Wär noch weggeflasht deswegen. Ja, zur Not hätte ich auch noch flash gehabt. Ah nee, egal. Passt. Okay, das war echt unnötig. Das tut mir echt leid. Ja. Nachleveln. Level 2. Scheinlich ja Doppel... Doppel Top. Schöne Botlane. Hey und beide Toplaner sind jetzt schonmal verreckt. Ja. Na gut, aber das hat nichts zu bedeuten. Aber das gleicht erstmal deinen XP-Verlust. Was heißt XP-Verlust? Die waren ja auch nicht auf der Lane die ganze Zeit. Die sind beide auch noch Level 1. Oh, die fangen auch beide mit diesem scheiß Relikt-Schild an. Oh, das ist böse. Ja. Aber das ist schon weg bei denen, also von daher. Also über Top-Gangs muss ich mich wohl... Alter, ohne Witz, dieser scheiß Kreis um mich herum irritiert mich voll. Ja, da musst du leben. Aber... Wundert mich, dass die nicht so aggressiv spielen, ey. Ganz ehrlich. Hab kein Mana. Der ist jetzt bestimmt gewordet. Komm her. Komm her, Lysin. Trau dich, du Wichse. Ich wäre da. Wir können auf den... Sauglich gehen. Der halt hier gewordet. Dann bist du Level 3. Nicht mehr viel. Mach! Go, go, go. Da ist gewordet, ne? Ich weiß. Ich bin ja schnell genug. Egal, der Krieg activated. Was, du 간in! Der hat das doch gar nicht auf mich gemacht Da hat sein E-Skill so ein AOE damit Also ein AOE, das ist der AOE-Skill von dem Der Sieht sich damit Ah, ich hätte erst mal Level 3 ganken sollen Okay Das ist natürlich strange River ist eigentlich gewardet Äh, ich wollte nur ein Ward hinstellen Achso, ich dachte du kommst jetzt, weil sie vom River kommen Das hatte ich noch im Hintergedanken, dass da gewardet ist Ah K6 am Mitte Oh Gott Egal, vielleicht draußen Problem ist, die haben übelst viel Damage am Anfang Ja Die beiden hier oben Ah, die sind noch gewardet Na ja Kommst du auch mit dir? Ich wette, wir waren auf Level 4 Ich mach den Geist noch fix Dann muss ich glaube, dass wir weg Der ist Level 6 Fuck you Ich bin gerade Level 5 geworden Ah, ich muss mal weg Ich bin gleich wieder oben, Chili Ich muss Chili helfen da oben Oh, ja Ich bin einfach schön, positiv Boah, dieses Ding kann fehlen, ey Dieses Schild Das ist echt nahrig Ich bin Level 6, da bist du tot Was bringt dir Level 6, wenn er dich dann silenced oder äh, aussaugt? Ich muss jetzt warten, bis der hier Bis die gepusht haben Ist er weg natürlich Ah, geht, die pushen nicht weiter Ich hab halt auch alles gelbe Trinket, ey Das Problem ist, ich komm nicht Schnell ran Du bist in Level 6, Chili Fehlt noch ein bisschen was Weiß nicht, ob die Minion Waves reichen Wird oder nicht Wollte ich nicht sagen Ne, mach ich nicht Rieselputz brauche ich What the fuck Äh, mit TSS, mit TSS, mit TSS Ja Ah, traust dich hoch, K6 Ah, die Scheiße, ich hab da jetzt keinen Support bekommen Keinen einzigen Ey, egal Nein Wirst du nicht Ich hab mich so richtig zum Unboxen Haha Ich wollte dir nichts hin, weil es so verschwendig gewesen wär Ah, wär's auch Ah, K6 ist wohl jetzt dämlich, dass du da geblieben bist Ah fuck, ich hab aber auch vergessen, SS zu sagen Was, there was no golems Bam, bam Gut Aber das ist grad tämlich bekloppt, dass ich Kills hab, also für die Kills hab Ach Na gut, den ersten, den ersten Kill hätt ich echt chili lassen müssen Ja On my fucking way, top Wattler braucht aber auch Hilfe, die Tristan hat 5-1-1 Das ist eigentlich Kha'Zix sein Job, dass der jetzt weiter Carry da unten Obwohl er will 6 Brauche da unten hin kommen Oh, ein Franzose Alles klar Der ist dort Oh Nice Die haben schon irgendwie Tower-Dived, oder? Ja, der Lee Sin hat irgendwie ne retarded Aktion gemacht Und die Soraka's aufhört, ok Feed Level up Nein, da kann ich hin Ja, bleib doch da Ach so Der eine Mini hätt gelangen Ha Das sieht lustig aus, Kha'Zix gegen Kha'Zix Der eine springt an, der andere springt weg Der eine macht Ult an, um zu verfolgen Der andere macht Ult an, um wegzukommen Die könnten die Tristan noch mal 5-1 bekommen Die haben unten Double Kill gezogen Versteh ich nicht Da kann ich gar nicht kommen mit Gag Kha'Zix ist hinter dir ein go go chili what the fuck da sind Kha'zix da war ein Kha'zix weg weg der Lifesteal hat mir grad den Arsch gerettet Spellwamp äh ja Spellwamp wenn ich dich gehabt hätte wäre ich eh denn dich gekrepiert macht der Kha'zix da hinten kommen wir noch mal auf bootlane mh mh ich bin auf dem Weg wo setzen die ihre Fallen hin ey oh 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 my god schlubw komm her 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 great job schade oh nice reagiert von denen ja you kidding me yes of course oh 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 schaff ich glaube ich mal hoch chili oh 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 Ich mach damage. Find ich gut. Ich leider noch nicht so wirklich. Na gut, ich muss auch Tank bauen. Boah, das hat man keine Ult. War so hinter dir. Das hab ich gesehen. LOL. Okay, damit hab ich nicht gerechnet, dass der noch daran springt. Tschüss. Er hat kein Flash. Er hat zigzaggenau so wenig. Äh, hat zigzaggenau so wenig. Flash. Reicht das? Ich glaube, es kostet den Hund irgendwas, ne? 940 hab ich noch nicht. Schau einfach das und hol mir Lichtbein. Okay, ha? Chicks. Oh, das reicht nicht. Oh, One-Hit-Zuraka. Alter. Oh, ne Witz! Sieht der das nicht? Da gehst du top, okay. Die Farm, meinst du? Nein, das sieht er wahrscheinlich nicht. Sag mal, farmt der nur ein Champion oder was? Ja. Ein wenig. Jawollt. Zack. Warum hab ich denn jetzt eigentlich diesen scheiß... Ah, Dodge, ey. Mal weg. Scheiß Dodge. Ja, den Dodge schon, ähm... Deutsch, meinst du dort? Äh, mein ich ja. Du hast das Ausweichen. Äh, ja, scheiße, stimmt ja. Das gibt's nicht mehr. Rest in Peace. Ohne Witz. Wer hat noch so kassig eigentlich so viele Kills bekommen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der hat ein K6. Eins, zwei. Ah, stopp, der könnte mich aber trotzdem killen. Ich auf den hochgehe. Irgendwer muss jetzt reingehen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Du hast du olden? Yo. Es sind vier gegen fünf, weil ich gerade. Ah, den krieg ich nicht. Oh, fuck that. Nee, den krieg ich nicht, den K6. What the? Okay, dann auch Damage. Warum mir das ist ein spärter Okkulten? Wer? Unser K6. Weil er 9-4 hat vielleicht? Ich bin da nicht. Oh, trotzdem. Oh Gott. Ah, Top Lane ist glaube ich jetzt. Down. Ja, wir müssen irgendwas auch mal killen. Oh Gott. Da. Oh Gott. Nein, ich weiß nicht, dass ich wieder weg bin. Scheint so! Lauf mal sogar zu Danke, dass du da auch fahren lässt Oh mein Ult of Doom ey Also die Sinnult und Sixult sind grad draußen LOL Er bekommt die auch noch Schön Also nur Carl Six muss bisschen carry'n gerade Boah Silence Oh, ich muss mich nachleveln irgendwo Ein Stück Jungeln Und... Zack, Geister Das ist jetzt ein Witz die Jinx Ich hab dir nur geholfen Jaja, aber die Jinx hat ein Eis kann doch mein... das kleine Fiegel klauen ey Und ich kam nicht rein Den AP Carry hab ich raus gehauen Ich hab mich nicht mit ihm gelesen Oooooooo Ooooooh Aaaaah Fehlt mein Ult Na ja, bleiben wir rein. Noll, das Flash. Ach so, instantly flasht. Ich bin grad üblich useless ey. Obwohl ich 4-0 am Anfang hat. Noll, ernsthaft. Nice. Ah, das war. Das war jetzt schön. Oh. Das ist ein K-6. Aua. Das macht doch nicht zu viel Schaden. Und er trifft mich halt. Komm schon ey. Und, ey, Jinx und ich rattern einfach mal ein bisschen durch. Könnt sein, dass der mit dir kommt. Ich muss einfach Top-Lane. Entweder geht er auf mich. Oh, das ist eine Smite-Range draußen. Wir sind in accord, Summoner. Wer ist denn mitgekommen? 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 Oh, oh. Ich muss aufleveln. Ne, unbedingt. Zack. Zack. Jetzt ist er da. Na, dann verziehen wir uns doch mal. Loll. Loll. Nur gewartet, dass er mir nachspringt. Damit ich mit dem Moor rauskomme. Zack. Unbedingt das voll Crest noch. Dann läuft das. Ernsthaft? Oh, was soll ich kommen? Nein, 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 nein. Au, 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 au. Die Zahn haben schon weggeuldet, ey. Das geht mir auf den Sack. Geh doch hin. Ich ult gehabt, weil die tot. Ich komm nirgendswo ran. Aber der Katzix, die Jinx, äh, sind auch sehr, haben eine Reaktion wie so eine Kartoffel, ey. Da geh ich schon rein und hapse eigentlich alle Agro und trotzdem kommen sie nicht. Oh, diesmal nicht. Diesmal nicht, meine Gute. Oh, schmack. Ernsthaft? Das ist schon das dritte Mal, ey. Ich kann mal kein Geld. Geht mir genauso. Vielleicht Drake machen. Oh, ich hab nen Like. Ja, dann geh doch mal hin. Du Drake. Auch wenn der schon gemacht wurde. Laut Jinx. Laut Jinx. Bäm. Ich mach trotzdem Damage. Ich stell zwar nix aus, aber ich mach Damage. So, die Frage ist erstmal, wem wir rausholen zuerst. Wahrscheinlich die Tastana muss ich raus versuchen auszuhauen. Noch geht euch nicht. Fehlt mir noch. Deshalb Rasp. Bye bye. Okay. Das ist aber schön, dass dieser KZX da bleibt. Ohne Witz, ey. Ich hab gar nicht mehr Flächen brauchen. Uah. Fuck. Typisch Franzzacken, Alter. Typisch dreckige, egelhaften Franzzacken, Alter. Soll man in ihrem Drecksbagel... Fuck. Was war das KZX, Alter? Alter, ohne Witz, ey. Ich kann gar nichts dagegen machen. Ein Fehl hat sich gebeten. Nichts nicht, aber es ist wichtig. Ein Fehl hat sich gebeten. Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann noch mehr tun. Und jetzt... Alter. da dort die erste über die Woche besteh ich auch nicht was die da oben macht ich weiß es auch nicht außer die hat die Lacken und die die ist schneller weil die sind gleich schnell hier ist doch keine stelle oder lauf doch um also ohne witz da hättest du schon viel eher mitkommen müssen das war jetzt echt behindert Kha'Zix ohne spaß hab ich vor mir nicht gage a als Ausredner natürlich I have no flaps ja du hast ne Anjump du wichser fuck ich glaub ich bin tot das war Grasp ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich rein jetzt rein oh man dieses unsichtbar machen geht mir auf den Zeiger ey ein normaler Outfit wärs jetzt gewesen ey ohne spaß ja ich bin alles nur am Death of the Rest jetzt mon spaß sooo zu bestehen noch übel ist ein Schaden aber trinkt mir nichts schon bisschen blind oder? hallo ich bin lowlife ich kann da nix mehr machen ich meine die Jinx das war so useless das war so useless gerade Franzosen was erwartest du? sie wird die ganze Zeit von der Tostana angegriffen ne? die macht nichts ja der Kha'Zix genau so wehste ich war da voll auf top wir haben locker den Top Tower nehmen können wo ist der? der ist im Tribush hier und läuft und jumpt hier rüber ja wo ich mir erst mal überlegt hab warum jumpt der da rüber? das ist ein minimaler Weg anstatt er da bleibt und wir einen Tower machen ich bin mir jetzt auch nicht sicher ob das ein 5er Primate äh 3er Primate ist ist aber denke ich mal von aus zu gehen ja bei so wenig Intelligenz aber auf jeden Fall ein Suraka und Dings Primate also nix gegen die Franzosen wenn sie was nicht können dann zocken und verteidigen und Kriege gewinnen und wenn sie was und wenn sie etwas können dann nicht zocken das können sie ganz gut also überhaupt nicht zocken das können sie glaube ich würde ich fast sogar behaupten am besten ich glaube da müssen wir mal mit das war alles geplant damit du die siehst das ist ein Tostana LOL der hat auch gar kein damage gerade gefressen oder habe ich was falsch gesehen AU 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 So die Tostana ist jetzt tot die kriege ich auf jeden Fall Hi 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 ho So, jetzt kriege ich den auch 101. Ich dachte, mit Death High Grasp ist das schon wieder etwas ganz anderes. Genau. Und genau deswegen liebe ich auch dieses blaue Drinket, auch wenn es irgendwie... ...profile als nutzlos empfinden. Nö, da kann ich nichts machen. Da werde ich nichts machen. Ja, das eher. Wenigstens. Ich brauche mehr Magiri. Ich brauche mehr Damage. Was ich gerade überlegt, wenn man sich mit Sunfire holt, wird der dann eigentlich gesehen, wer da ein Druckbild ist? Nee, Timo ja auch nicht. Okay, stimmt. Dann spiele ich... Ich muss ja Tanks spiele, ansonsten haben wir gar keinen. Oh, ganz tome Situation. Ich weiß noch nicht, warum ihr da geblieben seid. Was weiß ich, die können, hab ich fast Uld. Haben die... Ah, die haben so zwei Barren gemacht. Ohne Witz. Er kommt nie irgendwo im Jungle. Irgendwo im Jungle ist ein... Ah, da ist er. So, ich hole mir noch... ...Ravidons. Und dann... ...kenne mich auch alle mal. Boah! Ach, fuck. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Die Soraka hatte gerade eine Reaktion einer entwickelten... äh, einer entwickelten Kartoffel. Das ist so! Er hat mich rechtzeitig gehealt. Vor allem... Jetzt komm, wir haben die Reaktion einer entwickelten Kartoffel. Ja, haha. Ja, haha. Meins. Ich brauch jetzt mal Death-File-Grace gar nicht beim KZ. Find ich das sozial. Ja, der wollte, äh, Counter-Jungle und hab mich angesprungen. Ja, haha. So geht's natürlich auch. Hahaha. Ja. Ich dachte, Rostana, komm mal hoch. Ich will die haben. Ich glaub, und heute krieg ich die nicht. Oh, ich hab's gesagt. Tatsächlich. Oh, kommt da kein. Äh, ich erscheine meine ich natürlich. Nein! On my way! Bleib doch dort! Jetzt könnte er aber. Ich versuche, einen Weg abzuschneiden. Oh, fuck. Ah, kein Ult mehr. Und kein Igniter. Und du bist tot, okay. Oh, schön. Ich nehm's zurück, du bist doch nicht tot. K6, spring rein. Licht auf den. Schön. Mein Alli hat geflogen. Hm, hm. Da war mal Bot pushen direkt. Ich war noch zu wenig live. Auch schon erst meine Items. Einfach nimm du die, ich geh hier vorn, bitte. Solange ich die Tristana ulti, da passiert mir nichts. Zumindest ulti kann, bevor ich low live bin. Du drehst dich einmal, ich jump an. Weg. Ja, ich hab's dir ja gelassen. Ja, ich hab ja nix gesagt, aber ich fand's lustig. Hiep! Oh, hohoho. Oh, da wird uns ready. Wieso gehen die so weit vor? Ah, keine Ahnung. Wieso? Ein Alli hat geflogen. Was total retarded ist, aber, okay. Oh, er kommt mal so. Pff. Läuft da mal so zu dir um ein Stück. Ja. Okay. Boom. Läuft. Läuft. So viel Schaden macht er ja gar nicht mehr. F*** you, MotherHaw. Mission Award. Nein. Läuft sich, wenn ihr könnt. Oh. Nein, Entschuldi. Keine. Keine Schaden, Alter. Ja, nicht gegen 4. Guck, guck, KZX. Das ist so rake. Ja, na KZX lebt aber auch schon wieder. So, das mein ich. Okay. Hehehehe. Oh, gut, wer sich halt nicht bewegt. Ich hätte jetzt EZMOT einen Quartar ziehen können. Aber, never mind. Nein. Ich geh mal top. Juhu. Ich geh mal top. Mit Malsacher spielen. Mh, ich geh mal top. Mit Malsacher spielen. Niemals Fick dich Agarlich Nevermind Ich schaff's Easy mode Der hat jetzt flaschen müssen Irgendwo im Jungle Bimmelt mein Handy jetzt? Ah whatsapp Egal, komm mal Das Handy bimmeln Mhmmm So, wie kommen mir das Game lange vor Wo es gerade mal 37 Minuten sind Alter, mir auf Nein, aber das einfach so viele sind deswegen Wirklich 18,11 Aber die Tristaner, die krieg ich Easy mode Mit Ult, der vergräst dann No problem Warum hab ich jetzt rauert uns ab? Okay, doch nicht Okay, doch nicht Hat er wirklich gedacht oder? Trotzdem Alter, warum ist der jetzt zu schnell? Ehh 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 No Nehm ich halt dich Nehm ich halt dich Nehm ich halt dich Mir doch egal Ehh 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 Was wir uns nur gesagt haben Was wir uns nur gesagt haben Aber es kann doch sein, dass da unseren Blue macht Ah, okay der ist schon Ehh 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 Dieser Ehh 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 Alter, die Jinks überlebt, weißt du. Ja, das hab ich auch gesehen. Ach so rein. Okay, my way. Vergiss es. No touching my monkey friend. Oh, jetzt mach ich jetzt mal richtig fetten Damage ey. Das ist einfach echt so oft wie je nach dem Motto. Don't, no touching my monkey friend. Hahaha. Jetzt bin ich nicht mal useless. Ja, bei mir geht's. Oh, ich hol mir mal Geist, äh. Was? Ich hab, ich hab keine. Ja. Mittlerweile aber, naja. So, jetzt kann ich mir nämlich noch irgendwas anderes holen. Warum Baron machen? Ich hol mir mal das hier. Wenn die Baron gehen, mal, äh, finishen wir Punkt. Korin und Ganzen seh ich grad, deren Base steht ja offen. Soll ich, soll ich's versuchen? Nice. Versuch die mal hinzuhalten. Warum? Ich versuch jetzt mal Stealth Wukong, alter. Stealth Wukong? Der im Base ist offen. Nur der Nexus steht. Dann schläsch ich über die Wand. Und kann er gemütlich auf dem Nexus. Jetzt bin ich auch nicht mehr. So. Das war Ende des Games. Würde ich auch nicht mehr lösen. Yes. Win. Drei Kills bekommen. Was will ich mehr? Vier sogar. Vier für zwei. Wenn er da gewesen wär. W-Wir für zwei. 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 Wie beide reinrennen Ja gut, das war natürlich Der Anfang war ziemlich schlecht für mich Was heißt schlecht? Hab ich 4-0 gehabt Das Spiel war schlecht Ich war üblich Trotz dass ich 4 gegen 4-0 hatte Ich glaub ich hab gespielt Ich war üblich useless Ist richtig useless Okay ich sag's mal so Ich glaub in einem Hexer-Kill-Spiel Ist es aber normal Über 10 Tote zu haben Oder über 10 Tote zu haben Das geht Kannst du nur mit 5-5 auch haben Nevermind, also bis zum nächsten Part Ciao Achso, Ciao, ja stimmt Der war ja was Ja, also nochmal Ciao